Wachen zu stehen im Versteckwachen zu stehen ermüdet ich muss kämpfen I must be eliminated das ist voller wie so ein Roboter mit Duse du 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 ey büßen ich hoffe jetzt mal dass du Surfer schaffst dass du mit mit Schürfer schon mit Surfer schaffst ein Level abzukommen KOMO da ist die Gene schon zu meinen du schaffst das mit dem Surfer ich drück dir meine Daumen so dam 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 Wulpix Wulpix habe ich ja gute Erfahrungen mitgemacht das schaffte ich ja mit dem Donnerblitz vor allem weil das viel noch schwächer ist als das auf dem Führerberg hier kommt ja noch ein Verstand den ich besiegen muss das viel stärker auf dem Führerberg und das auf dem Führerberg war schwächer naaa ach egal weil ich noch so scheiße das habe ich gerade nicht gesagt selbst wenn ich es gesagt habe das war nicht ganz gemein naja ich habe verloren oder wohl verloren ja man sollte halt immer während eines Kampfes nur Jagra schlucken und du kannst uns helfen no es war nicht wie Agra ich meine Valium tut mir leid es tut mir sehr leid ja sie habe eine falsche Nummer gewählt hinten war auch noch ein Teleporter Fragezeichen Ausrufezeichen denn ich will unbedingt zu dem Meisterball ah ja lauf noch Beklopter Meisterball Meisterball was hier was hier oh ich bin so cool das war der nicht ich bin doof und auch zu Meisterball und zu den 70 Leckroballs das hier ist der Meisterball das hier war das Leckroball ein wildes Leckroball erscheinen ich habe da auf Level 40 geschätzt aber da habe ich mir irgendwie immer eins fangen müssen ich weiß auch nicht warum Leckroball bringt muss das zwar so schnell aber man sieht es kann nichts gegen ihn ausrichten es explodiert jetzt aber das kann es meiner Meinung nach wird es gerne tun hätte es besiegt also ich weiß dass hier noch drei weitere Leckroballs sind werde ich jetzt Evil Rock Fortun Fortuna mag man neck mich Fortuna auch man neck mich noch nicht Fortuna Major mhm Marionese man kann nicht mit seinem Kaffee meckern die sind gar nicht so tief oder alles außer die Initiative der Rest von Pikachu ist eigentlich total scheiße in dem rein naja von Pikachu ist alles relativ scheiße aussehen Expedams das war die Initiative da war es 40 KP ich war 19 naja es war keine 19 aber eben von N20 keine Initiative aber alter wie viel achso es war Pikachu Falsches Pokémon im Kopf gehabt jetzt mal Kopf ihm hier vor und dann trotzdem ein Team zu uns fallen so das war's nichts ich will mit ihm hier reden scheiße es war der Meisterball Kacke das war Nuckett Kacke die Nucketts kann ich eigentlich auch verkaufen es sei denn ich hab schon 999.000 Pokerzoller aber das guck ich jetzt nicht nach warum weil ich's kann und wieder nach oben wieder nach oben wieder nach oben und raus aber wie schön es da auch steht Magma Versteck aber das ist könnten sie nicht mit großschreiben nein dafür sind sie nicht gerecht herrwöhlen okay während okay nichts nichts anderes mehr zu tun als eine eine Nervenseger aus dem Weg zu räumen wenn ihr wohl meint bestimmt die Trüse da hinten hallo wie heißt du Leo mit Kamerlopt hab ich gerade Scheiße come back if you want to fight now it's your turn Dark Dragon Amnesia äh sie Bam Bam langsam wird's dunkel ich müsste langsam die Wiest anmachen langsam erkenn ich irgendwas hier Steinhacken das kürzt mich gerade ein bisschen an das war's mit Farf Dragon Salon gewartet was scheiße 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 he Jörg... Hoh, bitte lass ihn kein Erdmeber. Bitte! 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 Na, gerade das Klinken gehört euch. Und setzt bitte Klinken in den Kommentaren. Ich hasse Kamau, jetzt! Ab jetzt hasse ich dich! Das ist ein Zeichen, denn das heißt, du bist tot! Alter, mach mir nicht, komm schon! Ja! Gute Auswahl! Ja! Ich hab' aber noch dich! Warum haut das eigentlich immer das Spruch und ob es gerade so kaffee braucht? Du scheiß'n Dreck, also! Dann ist es nicht wert, mit diesem Genese aufzubekommen, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Aber er war dumm genug und hat's mal Oblig eingesetzt. Es wird mich umbringen! So, da spielen wir jetzt schon seit fast 113 Stunden wieder. Toll! Das war ein Schuss vor dem Bug. Achso, ich hab' halt echt Bug gelesen. Aber, warte. Pah, eine Niederlage war geplant. Ich soll's dich eh nur aufhalten. Er hat recht. Und das ist coole! Ein Spruch fällt mir grad so ein ein, auf das, was er gesagt hat. Das war mal wieder ein Schuss in den Open! Ching! Und so will ich nur wissen, wo sind meine 8, meine neuen Superträger. Die ist jetzt meine 8 Superträger, die ich jetzt nochmal für meinen Dark Dragon verpaller. Die verpasst mir das. Ich hab' die längst am meisten Papier. Dark Dragon geil! Ich hab' so starkes Vieh. Ich mag Dark Dragon. Ich mag keine Eltrachen. Und um Milchbockern und Stall. Wenn du das Geheimnis unseres Verstecks erfahren willst, wirst du nicht besuchen. Und du bekommst Free Candy! Hab' ich den Pedobear genannt? Ne, Peter. Oh, sowas ist das selbe. Pedo-Peter. Ja schön, mein Name ist Pedo-Peter. Pedo-Peter. Nein, lass meine Schuhe noch gehen. Lass mal ganz. Okay, ich hoffe, ich hab' noch was zum Heilen. Und ich glaub' meinen Keks hab' ich auch gebraucht. Oh, nein! 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 Danke. Pedobear. Evil Rock ist nicht mehr von mir. So. Also dann. Wer sich dann mal kurz was macht. Steinhave. Giftszahn. Vergiftet. Expedermis. Geheilt. Gut, ich mach' jetzt noch einmal Steinhave und lass' das hier durchschlafen. Ups. Giftszahn. Hm? Unput-Glut. Dann mach' mal drinnen. Unput ist auch gut. Dann halt alle. Einfach drinnen und drinnen und drinnen. Relativ geil. Schauflach. Schauflach. Sehr effektiv. Blüß Depp. Giftszahn. Nö. Ich hab' einen Klai. Ich hab' einen Klai. Na schlabe nur, du bist jetzt der Himmelhipp. Himmelhipp. Ne, ich schlitz' a. So, die ersten zwei Mann in meinem Team haben nur ein K.P. bekommen, äh, haben nur ein Team gemacht, haben nur ein K.P. Oh nein, damit du auch mal nicht kämpfen darfst, das Team Magma ist ja nicht dein Fall, so nicht sein. Doch, gegen Team Agma kämpfen lassen, das ist gar so. Okay, los, weiter. Das wird was bringen. Doch, hat was gebracht, schon ist, ich glaube nicht schade. Und Verteidigung. Aber das haut viel mehr rein. Schnipps! Das wird gefährlich, sehr sogar. Ach! Nur mächtiges Pokémon. Und einfach so süßes. Und cool. Ich finde, Tara ist das Beste von allen. Und danach habe ich sie auch noch. Das ist auch richtig gut. Alles nur mit dem Pokémon-Colosseum. Das ist der beste Pokémon-Spiel, das es gibt. Noch besser als XD. XD ist auch nicht schlecht, nur Pokémon-Colosseum macht mir mehr von. Nachtara besiegt. Alter, seht euch die Werte an, die ihr bekommt. Sag doch mal. Ich kann ein Sand nicht gewinnen. Trotzdem bekommst du Freakin. Kommen. Das Geheimnis unseres Respekt. Nun, ich sage es mal so. Am Ende befindet sich ein... Moment. Moment. Ähhh. Ja, happy Canti. Na Kleine. Du hast aber einen schönen er Stall. Wenn die Fans kommt, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Voll dich zum Kopf aus. Hinter der Maschine. Ich bin nie der Verbatten, die schaffst mir in den Kamm. Warum? Was hab ich getan jetzt zu dem Kampfschuldemann? Wie heißt die überhaupt? Jako! Okay, das ist nur Jako. Fako! Fako in die Knie. Ganz ehrlich mal. Ich kann gar nicht so sehen. Okay, ich kann doch. Jetzt nicht mehr. Oder doch. Mein 1 war für mich, das heißt sofort Physik. Das heißt, so viel wie Psy-Anne? Psy-Psy. Psy-Psy. Psy-Anne? Bitte, um Allabmiss, ihn zu vernichten zu dürfen. Allabmiss erteilt, ihn zu vernichten zu dürfen, meinst du? Flammen war Feuersturm. Ich finde, du magst die Bisse, du wirst keine Chance auf ihn lassen. Sag dich doch, als sie jetzt noch auf die Stauber der Verzehrbeteiligung von Psy-Anne. Ich sehe schon dafür, dass wir noch daran loben, bleibt nicht stark im Endefformen. Das war müde. Der Dürr ist so ein Zerlör. Ich weiß nicht, ob ich ihm anders gebraucht habe. Was? Reicht das aus? Die Kontrolle hat gerade nicht ergegriffen. Gibt mir das nicht leid. Wieder mal was in Längen gezogen. Mal absichtlich. Ich verbrauche jetzt mein Hyper-Zone für dich. Ich verbrauche jetzt mein Hyper-Zone für dich. Den Endgick weiter. Kann sein, dass man keinen Pokémon kommt. Wenn ja, dumm. Wenn mich, egal. Das ist jeder sehr schwach ist, warum? Ich lasse zum Heiligen, wir haben ja eh vielleicht das Liedere. Ich habe ja noch Zeit. Ach, noch Zeit. Jetzt haben wir genau 135 Stunden und dann ist schon wieder meine Fahrt. Ist das der Richtige? Ach, ich gucke einfach mal, ob das der Richtige ist. Wenn ja, bin ich wieder weg. Das ist der Richtige Weg. Ich bin wieder weg. Nee, halt, das ist der Richtige Weg. Hier bin ich falsch. Oder? Nein, das ist der Richtige Weg. Man merkt, ich bin jetzt das Orientierungsruf gerade. Aber das ist normal bei mir. Ich mag sowas. Es endet sich um Morrovin oder... Mein Gott, das ist dann relativ schlecht für das, was wir uns reißen lässt, weil... So, und damit auf zum Vorstand. Weißt du, wie der heißt. So, dann kommt gleich mal drauf, als er lacht. Ah, ne. Die Zeit. Das ist tatsächlich bisher geschafft. Das haben wir... Da haben wir dich wohl etwas unterschätzt. Aber hier geht es für dich nicht mehr weiter. Ich bin besser als die anderen Rücken, die dir bisher begegnet sind. Ich schindle keine Zeit heraus. Ich werde dich pulverisieren. Is this really the place you want to die? Kalle? Gesagt, getan. Da ist ein Pflanzen-Pokémon. Oh, mein Rücken ist warm. Warum soll ich mein Rücken warm? Hm. Ich bin sehr gut. Kalle und sei Nogtuska. Nogtuska ist ein Pfeil. Heute war mein normaler Rücken-Rücken-Traum. Ah, Erois. Sehr effektiv, Plus-Step. Plus Sonntag, das Holzfohle. Leider nicht. Du schon wieder. Und der lege ich mich gerne mal ein. Zeige ich dir mal die Stärke meines Gloraks. Tschüss, Glorak. Sorry. Es ist nicht bei Absicht, dass du die ganze Zeit stirbst. Ach, ich kann nicht. Warum unterschätze ich eigentlich immer, wie du verdammt bist? Soll mir egal sein. Schaffst du es gleich. Och, ein Glück. Warum soll es jetzt sein, jetzt ein Supertrank? Ach, egal. Soll mir egal sein. Ich mach jetzt aus bisschen Schaden. Und dann richtigen Schaden. Dann setz ja bitte Amnesie ein, damit er sich noch ein bisschen schwächt. Okay, das sollst du mal überleben. Bis hier einer ist ein bisschen zu stark im Leben. Hoffe ich. Okay, das reicht. Du hast gewonnen. Thanks. Wow, ich verstehe da immer Maschok. Und der Feind. Mal gucken. Immer noch keine 100. Magnail. Du hast mein Glor bewiedt. Dafür belohne ich dich mit dem Tod. Ich werde dich zu Tote trollen. Nimm das. Soviel zum Thema zu Toten trollen. Soviel zum Thema zum Toten trollen. Nicht trollen. Denn. Ich guck gerade wieder nicht hinweistmacher. Ich hab gerade zu drauf gesagt gehört. Hat er Besiegt? Ja, nein. Nein. Verhöhner. Gefällt mir nicht. Flitzer. Gefällt mir. Besiegt. Gebäasht, man. Level ab, man. Oh. Hm. Spezial-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Der Angriff ist verflucht. Geil. Dann habe ich ihm auch verloren. Während ich mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. estranken und das ist schon mit dem Weg zu und unter Wasserhöhlen als sie verfolgen sucht er auch in die Tiefsee in der Region sehr krass aber ob du ihn dort finden musst? ja ich weiß ich hab das gerade gelesen, aber mein Controller ist gerade abart so damit beende ich das und ich denke ich mach halt eigentlich nochmal so fahre ich das mache ich dann vielleicht nach der Top-4 mal oder dann bin ich bei Lust ab so Aber ich werde mich schnell mal vor dem Stein Nämlich genau hier vor dem Stein Da würde ich mich jetzt nicht stellen Yay, über den Tisch rennen So, hier werde ich mich jetzt nicht stellen und beende die Aufnahme Okay, hier werde ich mich jetzt nicht stellen und beende die Aufnahme So, bis zum nächsten Mal, tschüss